Willkommen beim Scan-In-Aven-Auto-Shop im Bachenbüllach. In diesem Film zeigen wir uns Hilleberg Zelt Ride. Ultralecht, nur 950 Gramm schwer. Als erstes das Zelt am Boden legen und eine Ecke mit 4 Heringen fixieren. Die Stange kann man zusammenstecken. Man kann aber auch Trekkingstücke verwenden oder stecken in der Länge von 1,15 m. Und dann die restlichen Abspannleinen fixieren. Die Stange kann man zusammenstecken. Für eine bessere Lüftung lässt sich das Seitendach öffnen und zurückrollen. Das Reit hat Platz für 2 Personen und hat eine Liegefläche von 1,20 m Breite auf eine Länge von 2 m. 7. Kette, ich schicke, ich schicke ich mit den händischen Händen, Die Lüftung ist schwer, weil er auch anwesenden Händen wird. Das ist ein Penssachen durch die Lüftung des Böchens. Hast du noch Fragen zum Produkt oder möchtest du es live sehen, dann besuch uns doch in unserem Shop im Bacher Bülach. Wir freuen uns! Wir freuen uns!